Guten Tag, mein Name ist Caro Klicks. Ich bin Key Account Consultant bei Cargo Klicks. Wir alle kennen das Problem. Lkw-Fahrer, die zu einem Standort kommen, sind in aller Regel nicht in die digitalen Prozesse des Standortes eingebunden. Zwischen Logistikstandort und Lkw-Fahrer wird kein standardisierter Kommunikationskanal genutzt. Man kommuniziert per Anruf, SMS, Pager oder klopft an die Fahrertür. Die Lkw müssen immer noch manuell angemeldet werden. Der Abruf der Lkw erfolgt heute ebenso noch ohne jedes übergreifende Standardsystem. Eine effektive Lösung dieses Problems ist jetzt mit Hilfe von Cargo Klicks Safe Check-In möglich. Wie das genau funktioniert, möchte ich Ihnen im Folgenden kurz einmal zeigen. Der Lkw-Fahrer öffnet die Safe Check-In App und klickt auf Standort suchen. Alle Standorte, die sich in seiner Nähe befinden, werden in der Liste angezeigt. Der Fahrer wählt seinen Standort aus. Er gibt seine Daten ein und wird eingecheckt. Der Fahrer bekommt eine Willkommensnachricht in der von ihm vorausgewählten Sprache, die er sich auch in der Originalsprache anschauen kann. Der Standortbetreiber sieht den neuen Check-In und aktiviert ihn. Er kann dann im Chat weitere Anweisungen für den Fahrer hinterlassen. Der Fahrer sieht die Nachricht in seiner Sprache und kann sie auch beantworten. Die Lösung Safe Check-In ist der Standard in der Kommunikation zwischen Logistikstandort und Lkw-Fahrer. Der Fahrer meldet sich selbst digital über die App am Standort an. Der Abruf und die Steuerung des Lkw am Logistikstandort erfolgt standardisiert ohne Medienbrüche in einem System. Übrigens, Safe Check-In kann vollständig in das Zeitfenstermanagement Cargoclix Slot integriert werden. Hierzu gibt es ein gesondertes Video. Die Kosten Pro Check-In fallen lediglich 50 Cent an. Für den Lkw-Fahrer entstehen keine Kosten. Für die Einführung von Safe Check-In ist keine Investition erforderlich. Das Team von Cargoclix passt in einem Webmeeting Safe Check-In auf die Anforderungen ihres Standortes an, maßgeschneidert und kostenlos. Safe Check-In wird bereits von vielen Standorten erfolgreich eingesetzt. Zwischen Standort und Lkw-Fahrer existiert nun ein simpler Standard in der digitalen Kommunikation, der allen Parteien die Arbeit enorm erleichtert. Das System bildet digital und nahtlos die Prozesse ihres Standortes ab und hilft. Gerne zeigen wir Ihnen in einer persönlichen Live-Demo alle Funktionen des Systems, damit Sie sich von den Vorteilen überzeugen können. Gehen Sie auf cargoclix.com slash live minus demo und vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns, eine maßgeschneiderte Lösung mit Ihnen zu erstellen.